Alexis Uller hat ja gerade darüber gesprochen, einerseits, dass sie Methoden wie Flashmobs angewandt haben und dass sie jetzt aber auch an dem Punkt sind zu sagen, wir müssen den Tachirplatz verlassen und an viele andere Orte gehen, wir müssen die Bewegungen weiterbringen. Aus deinen Recherchen und Erfahrungen, beispielsweise aus Griechenland, aber auch aus Deutschland, hast du den Eindruck, dass die Protestformen, die international jetzt auch neu entstanden sind, dass die die Bewegungen in Deutschland beeinflussen? Und wo siehst du diesen Einfluss? Und würdest du sagen, dass die Botschaft von Uller beispielsweise die einzelnen, auch prominenten Orte zu verlassen und diese Protestformen weiter auszudehnen, dass das hier schon angekommen ist? Ja, herzlichen Dank. Zunächst einmal, ich bin fast ein bisschen beschämt, dass ich sozusagen der Anlass bin, diesen spannenden Bericht aus Ägypten zu unterbrechen, sozusagen. Deshalb nur ein paar kurze Punkte von mir. Wie ich haben sicherlich viele damit gerechnet, darauf gehofft, dass im Zuge dieser Weltwirtschaftskrise ein neuer Bewegungszyklus beginnt. In der Tat, das ist passiert, also spätestens eben mit dem 17. Dezember in Tunesien. Und diese Stagnation von globalen sozialen Bewegungen, die es letztendlich seit 2003 gab, ist damit sozusagen erstmal durchbrochen. Und das ist erstmal eine sehr gute und wichtige Nachricht, eine wichtige Tatsache. Klar, die Bewegungen inspirieren sich, sowohl was Diskurse angeht, als auch Taktiken. Also diese Frage der Platzbesetzung ist sicherlich da ein ganz zentrales Element. Und diese Taktik der Platzbesetzung hat letztendlich auch dazu geführt, dass konkret jetzt in Griechenland, zumindest im Sommer, eine neue Dynamik entstanden ist. Während das vorher so war, und das sicherlich im Wesentlichen auch immer so ist, dass die Proteste in Griechenland sehr zersplittert sind, dass es wenig Koordinierung gibt, dass viele Akteure, die protestieren, sich gegenseitig aber auch nicht anerkennen, weil sie sehr unterschiedliche Agenden fahren, hat die Platzbesetzung auf dem Syntagma-Platz im Juni als Reaktion unmittelbar auf das, was in Spanien passiert ist, erstmal zugeführt, dass es eine neue Dynamik gibt. Ich würde ganz kurz den Bogen schlagen zum Titel dieser Konferenz, nämlich zum Stichwort ziviler Ungehorsam. Also das ist sicherlich ein Begriff, der im griechischen Kontext keinen großen Sinn macht, den zu verwenden, weil die Akteure, die dort sind, zumindest der größte Teil der Akteure, die protestieren, die Legitimität dieses semiperiferen Staates letztendlich grundsätzlich infrage stellen, beziehungsweise dieser Staat auch in breiten Teilen, also in einigen Teilen der Bevölkerung nie diese Legitimität hatte, wie eben der Staat zum Beispiel in der Bundesrepublik. Von daher würde ich eher mit Begriffen operieren, um das zu charakterisieren wie ziviler Widerstand. Diesen Begriff hat letztendlich auch Gandhi benutzt, also das war sein Begriff, nicht ziviler Ungehorsam, sondern ziviler Widerstand. Oder den Begriff der sozialen Verteidigung. In den 80er Jahren in der Bundesrepublik gab es ja immer eine Debatte um das Konzept der sozialen Verteidigung, also wie man sich werden kann, nicht militärisch gegen Besatzungen oder auch gegen Militärdiktaturen. Und das ist, glaube ich, das, was zurzeit in Griechenland passiert, soziale Verteidigung. Und dazu gehört viel Sabotage. Das ist ein ganz wichtiges Element. Dazu gehören sicherlich Elemente von Massenmilitanz. Und dazu gehört allerdings auch eine Form von Exit. Also, dass Leute tatsächlich einfach das Land auch verlassen. In dieser Situation, in dem eben die formelle Demokratie zwar weiterhin mit ihren Institutionen existiert, aber der Staat keine Souveränität mehr besitzt. Und ja, diese Form von liberaler, repräsentativer Demokratie letztendlich kaum eine Rolle mehr spielt, da es auch überhaupt keine Vermittlung gibt zwischen den sozialen Ansprüchen, breiter Teil der Bevölkerung und den Staatsapparaten. Und deshalb ist eine wesentliche Taktik der sozialen Bewegung, das Funktionieren des Staatsapparates grundsätzlich zu behindern und zu blockieren. Also, in dem ganz konkret Ministerien teilweise besetzt werden, wenn eben Troika-Delegationen in Griechenland sind. Es geht darum, dass Leute in Elektrizitätswerken sich weigern, Leute abzuklemmen vom Stromnetz, wenn sie ihre Stromrechnung nicht bezahlt haben, beziehungsweise diese neue Steuer nicht bezahlen wollen können, die mit der Stromrechnung eingezogen wird. Es ist so, dass Leute in Behörden einfach ihrer Arbeit nicht nachgehen. Es ist so, dass Maut nicht bezahlt wird von den Leuten, dass Fahrpreise nicht bezahlt werden und tatsächlich der Versuch, das abzuwehren, was der Staat den Menschen dort auferlegt. Also von daher spielt dieser Begriff ziviler Ungehorsam da keine wirkliche Rolle. Man kann das damit nicht fassen, was da passiert. Wie gesagt, eine zentrale Taktik war eben die Besetzung des Syntagma-Platzes, dass vieles dynamisiert. Ich würde ganz gerne noch zu einem zweiten Punkt kommen, was zumindest in einem Teil der Länder, die sich in diesem Bewegungszyklus befunden haben, gemeinsam ist. Und das ist eine bestimmte Form eines Diskurses, eines radikalen Humanismus, der, denke ich, diesen Bewegungen zu eigen ist. Also ich finde, man kann das sehr deutlich in Spanien erkennen, aber auch in Israel zum Beispiel, aber auch in Deutschland und teilweise, denke ich, auch in den USA. Der eine oder andere weiß sicherlich, dass so die erste große Erklärung, die von dieser Struktur Demokratia Realia, echte Demokratie jetzt, in Spanien veröffentlicht wurde, mit dem Satz begann, wir sind normale Menschen. Also eine starke Fokussierung auf das Individuum, was dort eine Rolle spielt in diesen Bewegungen. Es ist weniger so, dass das Kollektiv, was sich also wehrt, abgeleitet ist von gesellschaftlichen Interessenslagen oder abgeleitet ist von einer Klassenanalyse oder wie auch immer, sondern dass tatsächlich das Individuum, die Person im Mittelpunkt steht und erst mal so ganz abstrakt als Mensch im Vordergrund steht. Und das, denke ich, gibt diesen Bewegungen auch sehr, sehr stark die Kraft, also zumindest in Spanien und Israel und bei den deutschen Gruppen kann man sicherlich nicht von Kraft sprechen, aber auch dort ist das eine Inspiration dieser Diskurs, in dem nämlich eben angedockt wird an tatsächlich diese neoliberale Subjektivität dieser starken Vereinzelung. Und in einigen dieser Ländern, die sich in diesem Bewegungszügnis befinden, ist diese Konstruktion eines Wirs über das Individuum spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, was dann sozusagen erfolgversprechend ist, wenn es gleichzeitig politische Linke gibt, die in diesen Bewegungen agieren und damit auch sozusagen bestimmte Konflikte, die Interessenslagen entsprechend zuspitzen. Da das in Deutschland nur relativ schwach ist, was bisher angekommen ist, ist das sicherlich nicht in der Form der Fall, aber zum Beispiel in Spanien und Israel kann man das sehr gut beobachten, aber das konnte man auch gut beobachten auf dem Syntagma-Platz in Athen zum Beispiel oder auch in anderen Städten. Also eine andere Organisierungsform, als man sie, oder eine Akteurskonzeptionalisierung, als man sie während der globalisierungskritischen Bewegung im Wesentlichen fand, wo sozusagen der Netzwerkcharakter sehr betont wurde. Also das Zusammenkommen verschiedener Akteure, die schon in gewissen Interessenslagen eingebettet waren, ist das hier tendenziell anders. Ich wäre durchaus neugierig, ob es sozusagen in Chile Parallelen dazu gibt. Ich denke, in Ägypten ist die Lage sicherlich nochmal ganz anders. So, an der Stelle ist erstmal ein Punkt nach diesem hektischen Beitrag. Die Herausforderungen, mit der die Protestbewegungen in Deutschland und in Griechenland konfrontiert sind, sind ja an zumindestens einen ähnlichen Ausgangspunkt, nämlich, wie geht es weiter, nachdem es mediale Aufmerksamkeit gab und nachdem es ganz klar auch, also wenn man sich jetzt Stuttgart 21 anguckt, Niederlagen gab. Ja, zu Griechenland lautet meine Antwort, dass ich es nicht weiß, wie es weitergeht. Die Leute, mit denen ich spreche zurzeit, ja, haben keine klare Strategie. Für viele ist die Situation sehr deprimierend. die existenziellen Herausforderungen werden immer größer für die Leute, weil sie eben Jobs verlieren, weil Einkommensquellen, die man noch irgendwie hatte, versiegen. Viele verlassen einfach das Land und gehen weg, also insbesondere nach Deutschland, Australien, Kanada, teilweise auch Großbritannien. Das sind so die Länder, in die Leute weggehen. die Situation ist schwierig und sehr unklar, wie es weitergeht. Klar ist, dass immer wenn Delegationen der Troika im Land sind, dass es verstärkt Proteste gibt. Klar ist auch, dass viele Berufsgruppen ihre Proteste ständig und überall durchführen, dass Leute sich eben in ihrem Alltag wehren gegen die Zumutungen, aber wie eine Transformation aussehen kann, in eine andere Richtung, ist völlig unklar. Also gerade auch dadurch, dass die wesentlichen politischen Entscheidungen ja nicht in diesem Land getroffen werden, sondern außerhalb, dass Griechenland quasi einen Protektorat-Status hat und es keine Vorstellung gibt, wie sich eigentlich Institutionen verändern lassen. Es hat nämlich bisher überhaupt nicht geklappt. Also die Proteste in Griechenland hatten eigentlich kaum einen Effekt bisher, haben kaum Verbesserungen gebracht. Also wie Institutionen verändert werden können, tatsächlich ist unklar. Also deshalb auch die Strategie, das Funktionieren von existierenden Institutionen einfach zu verhindern, aber es gibt auch keine klare Strategie, wie man eigene Institutionen entwickeln kann. Also die Gewerkschaften haben keine hohe Legitimität in Griechenland, sie sind sehr berufsständig orientiert. Das Parteien-System hat auch massiv an Legitimität verloren. Das betrifft auch linke Parteien und ja, die Situation ist sehr unklar und nicht sehr hoffnungsmachend zurzeit. Kurzer Switch nach Deutschland, klar, die Situation ist völlig anders. Was glaube ich unsere Aufgabe ist und wichtig ist, ist in den nächsten Wochen und Monaten überhaupt die politischen Themen, die in dieser Krise, in dieser Eurozone, in der EU wichtig sind, auf die Agenda zu setzen und einer Form zu artikulieren, dass überhaupt legitimerweise so etwas wie sozialer Ungehorsam plausibel ist und der Öffentlichkeit verständlich gemacht werden kann. Konkret ist es ja so, dass seit ein paar Wochen europäische Aktionstage in Frankfurt im Mai vorbereitet werden, Stichwort eine Großdemo, eine europäische, eben mit einer europäischen Mobilisierung und auch eine Aktion massenhaft zu vielen Ungehorsams zum Beispiel oder vielleicht auch insbesondere eine Blockade der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist, würde ich sagen, die Öffentlichkeit darauf überhaupt nicht vorbereitet, dass es sozusagen legitim ist, so etwas zu tun, weil die Problemwahrnehmung in Deutschland durch die massenmedialen Scheuklappen so eng ist, dass es erst mal vermittelt werden muss, dass es legitim ist, in Deutschland dagegen in einer Form zu protestieren, weil eben die Verheerungen der deutschen Politik so massiv sind im Süden Europas. Also ich glaube, im großen Teil der Öffentlichkeit ist das überhaupt nicht klar, während eben Themenbereiche wie Nazi-Aufmärsche, Atom-Transporte, aber auch Gentechnik, was zivilen Ungehorsam angeht, eine Legitimität haben bis in weite Teile der liberalen Öffentlichkeit, ist das bei unseren Aktionen, die wir jetzt andenken für Mai, sicherlich noch nicht der Fall, würde ich sagen, die Situation ist relativ schlecht, also auch wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit den Diskussionen im Vorfeld des G8-Gipfels, dann war es in der Öffentlichkeit irgendwie klar, zum G8-Gipfel gehören Proteste, dazu gehören auch Blockaden, es war eine relativ günstige Situation, es gab polizeiliche Maßnahmen, die für öffentlichen Unruhe gesorgt haben, also Durchsuchungen und so weiter, die nicht gut angekommen sind, in dieser Situation sind wir gerade nicht, weil es tatsächlich so ist, dass die Bundesregierung eine relativ kluge Politik macht, die Verantwortung für die Krisendynamik eben in Griechenland und anderen Ländern über Stereotypen, rassistische Zuschreibung abzuwälzen und unsere Herausforderung ist glaube ich in nächsten Wochen, Monaten, das zu verankern, dass es legitim ist und plausibel ist, eben mit Zivilungehorsam diese Institutionen zu blockieren oder auch überhaupt erstmal in der Öffentlichkeit verantwortlich dafür zu machen, was passiert, weil das glaube ich in vielen Bereichen gar nicht klar ist. Vielen Dank.